Ich bin wieder wach. Guck mal, hier vorne liegen Muscheln. Das heißt, es kommt manchmal vor, dass das hier überflutet ist, weil da hinten da ist Wasser. Das heißt, diese Nacht habe ich Glück gehabt, dass ich nicht überflutet wurde. Dass ich hier nicht weggeschwommen wurde und sowas und die Sachen dann plötzlich wegpacken muss, um mich da oben zu retten da hinten oder auf den Baum klettern müsste oder so. Cool, oder? Richtig geil. Deswegen habe ich diese Nacht Glück gehabt. So sieht mein Schlafplatz von dieser Perspektive aus, tagsüber. Und da hinten, da pennt auch noch jemand. Ich will das jetzt nicht unbedingt filmen und zeigen, aber da sind auch ganz viele Etaps irgendwie rüber gespannt. Und das hat da so richtig verschlossen gehabt. Vielleicht pennen da noch mehr Leute drin, vielleicht Obdachlose oder so. Und da drüben habe ich gestern Abend auch noch jemanden zelten gesehen. Und von daher habe ich mich beschlossen, dass ich hier in der Mitte zelte. Also nicht zelte, sondern tapiere. Lokomotive, kültische Lokomotive. Voll Fettbaum, voll Fettbaum, Baum mit Fett dran, voll Fettbaum. Und hier sind überall alles bei der Schlösser und so weiter. Und hier sind wir ein bisschen mehr positioniert. Und hier ist die Verte hier rum.